Er hat über 4000 Gemeinden gegründet, er ist echt ein Vater des Glaubens für ganz ganz viele und ich will nicht mehr was vorausnehmen, außer ihr könnt euch nicht vorstellen, also ich meine wir sind hier in der Jugendstunde, er ist wahrscheinlich der Älteste unter uns, wenn ich da so rum schaue, mit 74 Jahren. Und ich folge ihm auf Facebook und ich bin erstaunt, dann predigte er hier vor 10.000, da vor 100.000, da vor 30 Leute oder 20 Leute und dann da wieder eine große Veranstaltung und so und sein Herz ist einfach Jesus nachzufolgen und den Menschen von der besten Geschichte zu erzählen. So, bitte helft mir Dr. Paul I. herzlich willkommen zu heißen. Applaus Guten Abend Normalerweise würde er in Amerika sagen, good morning Vietnam. Es ist so eine Freude hier heute Abend zu sein. Er hat seinen Boss mitgenommen, der sein Leben kontrolliert für 44 Jahre. Root Eye So, er ist das Haupt, aber sie ist der Hals. So, wo auch immer der Hals sich bewegt, so muss der Kopf auch hingehen. Das ist der Grund, warum wir hier sind. Und mit uns haben wir ein Team. Wir haben ein Ehepaar, die kommen aus Marseille, France. Pastor Lorenz und Pastor Sophie. Und sie sind aus Frankreich und die haben eine Gemeinde gepflanzt in Texas. So, sometimes you don't know where Texas is, but I'll tell you that's a cowboy country you might know. Oh, das ist einfach dieser Cowboy-Staat, wie ihr kennt. So, sie bauen dort eine Gemeinde auf in Texas. Ich kenne uns seit 25 Jahren. Wir sind auch in Asien zusammen gewesen. Sie hat auch Krebs überwunden. Und ihr Dienst geht auch in Richtung Heilung und Befreiung. Und sie tun Leute aufbauen, sie aussenden in die ganze Welt. Und ganz viele dieser Ausländen, die kommen einfach in die Mission. So, sie bringen mit ihnen einen der Disciples, die bereit ist, für die Ministry. Und wir haben hier nochmal jemanden, die einfach auch mitgegangen ist, die die Buchhaltung macht und einfach dort eine treue Seele ist in der Gemeinde. So, sie wird mit uns auch beten, wenn es notwendig ist. Und es ist wirklich meine Freude, mit euch hier zu sein. Und ich bin nicht in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Ich bin in einer buddhistischen Familie aufgewachsen. Mein Großvater war ein medizinischer Doktor. Und er war sehr, sehr reich. Und je reicher er wurde, desto mehr haben die Politiker versucht, Geld aus ihm herauszuziehen. So, er hat seinen Vater dann in die Politik geschickt, um ihn zu schützen. Und mein Vater war der Bürgermeister von der Stadt. Und nach vielen Jahren in der Politik ist er irgendwann müde geworden. So, als ich geboren wurde, dann haben beide sich unterhalten, wo werden sie mich hinsenden. Und sie wollten ihn nicht in die Wirtschaft haben. Und sie wollten ihn nicht in die Wirtschaft haben. So, der buddhistische Mönch gab mir einen Namen. Und mein Name in Vietnam heißt, stop loving the world. Und die Aussage des Namens heißt, hör auf, die Welt zu lieben. Und später haben sie mich dann in den buddhistischen Tempel geschickt. Und ich habe über neun Jahre die buddhistischen Schriften gelernt. Und als ich das letzte Statement von Buddha gelesen habe, und er prophezeite, dass er nicht der Erretter ist, aber nach ihm wird ein Erretter kommen. Und als ich die Geschichte von Buddha gelesen hatte, und auch seine Lehren, und dann fand ich heraus, dass ich gar keine Hoffnung hatte. Und dann suchte ich nach diesem Erlöser von der Welt. Und so in den 60er Jahren war niemand, der in unserem Ort gekommen ist, um das Evangelium zu verkündigen. So habe ich die Zauberei, bin ich mit Zaubereien in Berührung. Und da wurde ich trainiert für fünf Jahre. Und dann bin ich als Meister, Hexenmeister geworden. Und dann habe ich 3.366 Göttern gedient. Und ich wurde dann so der geistliche Leiter von meinem Ort. Und ich habe eigentlich mein Leben ziemlich genossen. Aber dann im Januar 1970, da sind Missionare in meinen Ort reingekommen. Zu den ersten drei Abenden war es mir völlig wurscht. Und nach drei Abenden war mein ganzer Ort zerrüttet. So meine Zauberlehrlinge kamen zu mir. Und sagten, Meister, wir sind wirklich in großen Schwierigkeiten. Und ich habe gefragt, was ist los? Seitdem die Missionare in unseren Ort hineinkommen, jeden Abend verlassen uns Leute und folgen dieser komischen Kirche nach. Und du sollst lieber reingehen, um einfach das Ding zu schließen und sie zu verjagen. Ich sage, okay, morgen Abend werde ich hingehen und schauen wir nach. So nächsten Abend bin ich zu dieser Kirche hin. Ich habe dann so erwartet, dass dieser Missionar irgendwie eine religiöse Zeremonie machen würde. Und ich war sehr enttäuscht. Sie wussten überhaupt nicht, wie man eine religiöse Zeremonie macht. Alles, was sie getan haben, war zu singen und in die Hände zu klatschen, die Hände zu schütteln und hoch und runter zu springen und zu jubeln. Sehr, sehr laut. Ich dachte, sie sind echt verrückt. In Asien, in Asien, da heißt es immer, du musst sehr leise sein. So der leise du bist, desto besser kannst du mit den Geistern kommunizieren. Und deswegen sind auch viele Kirchen sehr, sehr leise. Und wenn du in ihre Versammlung reingehst, und du kannst sogar die Moskitos fliegen hören. Aber diese Kirche war wirklich sehr, sehr laut. Und nachdem sie so laut waren, haben sie die Bibel aufgeschlagen. Und sie sagten, Freunde, wir sind nicht gekommen, um euch eine andere Religion zu bringen. Alle Religionen scheinen gut zu sein. Aber je mehr sie Religion reinbringen, desto mehr setzen sie auf den Schultern der Gläubigen mehr und mehr Bürde auf. Aber als Jesus kam, wollte er nicht weitere Bürde auf die Menschen drauflegen. Sondern er sagte, all ihr, die mühselig und belahnt seid, kommt zu mir, ich will euch Ruhe geben. Und wenn du heute Abend da bist, mit irgendwelcher Bürde, vielleicht hast du eine Familienbürde, Krise, irgendwas. Oder du hast vielleicht einen ganz schlechten Bericht vom Arzt bekommen, du hast einfach eine medizinische Bürde. Oder vielleicht bist du, ja, Bankrott und dein Geschäft läuft nicht gut und hast da eine Bürde. Aber ich habe eine gute Nachricht für dich. Und Jesus hat all deine Probleme genommen. Und er sagt, werf all deine Sorgen auf ihn, denn er sorgt sich für dich. Und wenn du all deine Bürde zu Jesus bringst, so gleich nach zehn Minuten haben sie in dieser Versammlung den ersten Altaraufruf gemacht. Und ich sah, wie überall die Leute von überall kamen und ihre Bürden zu Jesus brachten. Das war eine ganz lange Schlange. Und ich erkannte, das sind ja viele von meinen Nachfolgern. Und ich dachte, was machen die da hier? Und nachdem sie für sie gebetet haben, dann haben sie ein weiteres Lied gesungen. Und wenn du hier gewesen bist in den letzten paar Nächten, und wenn du gekommen bist mit Problemen und mit Bürden, dann wollen wir für dich beten, und wenn Gott deine Gebete erhört hat, dann möchten wir dich nach vorne rufen und dass du dein Zeugnis weitergibst. Und ich sah, von jeder Ecke nach vorne kommen. Und jetzt waren nicht nur Nachfolger, sondern sogar Leiter meines Dienstes. Und als sie einfach ihre Zeugnis weitergaben, dann habe ich gedacht, hey, die Jungs haben bestimmt ihnen Geld gegeben, damit sie irgendwie eine Promotion für ihre Religion machen können. Und ich dachte, wenn ich die nicht aufhalten kann, dann werde ich meinen Job los. So, dann habe ich zu 1.000 Geistern gebetet. So, nach dem Ende dieses Gottesdienstes ist keiner von diesen 1.000 Göttern gekommen. So, auf dem Weg nach Hause, da habe ich gefragt, hey, wo waren diese ganzen Geister? Warst ihr irgendwie im Urlaub ohne meine Erlaubnis? Und am nächsten Tag werde ich fast und nichts essen und nichts trinken, und ich werde weitere Götter anbeten. So, nachdem ich den ganzen Tag gebetet hatte, dann kam ich nächsten Abend, während die Gemeinde Lobpreis machten, da habe ich zu 2.000 Geister gebetet. Vier Stunden ging vorbei. Und wieder, keiner von meinen Göttern ist aufgetaucht. Und dann auf dem Weg nach Hause war ich total frustriert mit meinen ganzen Geistern da. Und ich dachte, was ist los mit euch? Habt ihr alle geschlafen und vergessen, mit mir zu kommen? So, heute Nacht werde ich nicht schlafen, ich werde die ganze Nacht beten und sie alle reinholen. Und nachdem ich die ganze Nacht zu diesen 3.000 Göttern gebetet habe, und am nächsten Morgen war ich sehr, sehr früh da. Die Gemeinde fing um 7 Uhr morgens an. Und um 4 Uhr bin ich schon mit dem kleinen Motorrad reingefahren. Und als ich dann parkte, habe ich gedacht, okay, da wird vielleicht irgendwie die Security von der Kirche kommen, um auf meinem Motorrad aufzupassen. Und ich war für 1, 2 Stunden, keiner kam. Und dann habe ich die Hände aufgelegt auf meinem Motorrad und habe da 40 Geister geboten, dass sie auf meinem Motorrad aufpassen sollten. So, auf dem Weg in die Kirche habe ich einen kleinen Generator gesehen. Vielleicht so die Hälfte der Größe von diesem Lautsprecher. So, alle haben die Geister gebetet, und kommen 20 Geister, mess up their generator, so they won't have electricity in the night for their church. Und dann bin ich in die Kirche rein. Und dann haben sie so ein uraltes Keyboard. Und der Geister keine Elektrizität, sondern es waren so Orgel, wo sie pumpen mussten. Und dann hat er auch da wieder 20 Geister abgestellt, die dieses ganze Piano kaputt machen sollen. Und ich weiß auch nicht, aber der Teufel hasse es, wenn die Christen in den Lobpreis reingehen. Und später, als ich die Bibel gelesen hatte, und die Bibel sagt, dass Gott wohnt oder thront inmitten des Lobpreises seines Volkes. Und was passiert, wenn Gott in dem Lobpreis thront und wohnt? Liberation kommt. Begegnung kommt. Dann kommt Errettung. Und der Teufel wird die Kontrolle verlieren. Und deswegen will der Teufel dich überhaupt nicht im Lobpreis sehen. Und nachdem ich für sie gebetet habe, dann bin ich ganz nach hinten in die Gemeinde gegangen. Und dann fing ich an zu beten. Und ich sagte ihm, all my life I've served you 3.366 Göttern gedient. Und ich habe dann nur 60 davon abgestellt für das Motorrad, für den Generator und für die Heimorgel. Und der Rest soll kommen, um einfach die Gemeinde zu schließen. Und dann fing ich an zu beten, beten, beten. Und wieder vier Stunden sind vergangen. Und im Geist habe ich erkannt, dass keiner meiner Geister erschienen sind. Und wisst ihr, wenn Jesus auftaucht mit der Kraft des Heiligen Geistes, kann der Teufel einfach nicht kommen. So, ich habe mir dann die ganze Zeit überlegt, was ist der nächste Schritt, wie ich diese Gemeinde schließe. Und dann hörte ich eine weitere Ankündigung. Und dann sagten sie, ja, wenn jemand hier ist heute Abend, und vielleicht bist du zum ersten Mal oder mehrmals hier, und wenn du das Wort des Herrn gehört hast, und du sagst, siehst diese Wundergeschehen, und du hast wunderbare Zeugnisse gehört, aber wenn du noch irgendwelche Fragen hast, dann verlass diese Gemeinde nicht mit deinen Fragen, sondern komm her mit deinen Fragen, wir wollen versuchen, deine Antwort zu geben. Und in der Welt gibt es so viele Fragen. Aber Gott hat immer eine Antwort für dein Leben. Und von hinten bin ich losgelaufen, bin so schnell wie möglich nach vorne gerannt, weil ich hatte Angst, dass sie vielleicht doch ihren Entschluss verändern würden. Und ich dachte, sie haben wirklich einen großen Fehler gemacht, als sie diese Ankündigung gemacht haben. So kam ich nach vorne. Und ich habe mich selbst vorgestellt. Ich sagte, ja, ich war hier drei Abende. Ich habe alles gesehen. Ich habe alles gehört. Aber ja, ich habe viele Fragen. Ja, ich habe viele Fragen. Und wenn du all meine Fragen beantworten kannst, dann werde ich meine ganzen Göttern verlassen und würde euch nachfolgen. Und wenn du aber meine Fragen nicht beantworten kannst, dann solltet ihr gefälligst meinen Ort verlassen. So sie sahen mich und sagten, Sir, junger Mann, wir wissen nicht deine Fragen. Aber wir haben eine gute Nachricht für dich. Wir haben hier ein Buch, die Heilige Schrift, und da stehen alle Antworten drin. Habt ihr auch eure Bibel? Ich möchte eure Bibel hier in Germany sehen. You are very high-tech here. But we still have a young man have a Bible there. But you know, your Bible is small. Their Bible was big. It was 25 cm Bible. 60 Jahre ago, Missionaries always carry a very big Bible. I don't know if the big Bible made them more holy or they tried to scare the devil in Vietnam by the big Bible. But when I looked at the Bible, I was laughing. But when I looked at the Bible, I said, you have a Bible about 25 cm and you try to tell me you have all the answers? Du hast eine Bibel, die ist nur 25 cm dick und du denkst, dass du all meine Fragen beantworten kannst? I was trained for 14 years with three books of Buddha. Und ich bin für 14 Jahre im Buddhismus gelehrt worden mit drei Büchern von Buddha. And each book of Buddha 35 cm. Und jedes dieser Bücher hat 35 cm. So drei Bücher von Buddha sind mehr als ein Meter. So drei Bücher von Buddha sind mehr als ein Meter. So 14 Jahre wurde ich trainiert und da habe ich keine Antworten gefunden. Wie kann dein Buch mit 25 cm nur die ganzen Antworten haben? Aber es hat mich total verwundert. Über zwei Stunden über zwei Stunden alle meine schwierigen Fragen sind durch die Bibel einfach beantwortet worden. Und diese Bibel hat mich zu verstehen, dass größer ist der, der in den Missionaren ist, als größer ist der, der in den Missionaren ist, als diese 3.366 Götter, die in ihm waren. So, I lost the battle and you now accept Jesus as my Lord and Savior. Und so habe ich irgendwie den Kampf verloren und habe dann, ja, mich gedemütigt und habe Jesus Christus eingenommen. I'm glad to tell you this. I'm glad that I lost, but now I won in Jesus' name. Hallelujah. Und ich bin so froh, dass ich zwar auf der einen Seite verloren habe, auf der anderen Seite habe ich Jesus Christus gewonnen. Hallelujah. So, ich stand auf und ich war total begeistert. So, ich dachte, ich gehe schnell nach Hause auf meinem Motorrad, um die Geschichte zu erzählen. Guess what? For 10 Minuten habe ich nach meinem Motorrad und habe mich nach meinem Motorrad gesucht und ich konnte es nicht finden. Bei diesem Moment habe ich verstanden, warum all diese über 3000 Göttern nicht aufgetaucht sind in dieser Kirche. Weil sie sind alle verschwunden mit meinem Motorrad. By that time I know that they will come to do nothing but to steal, to kill, and to destroy. And I'm glad to tell you that Jesus come to give you life and life even more abundant. Aber Jesus ist gekommen, damit er euch Leben gibt, die Fülle und volle Genüge. Amen. Amen. So now, instead of about 20 minutes driving home, it took me over one hour to walk home. When I was walking, and the devil spoke to me, you try to follow Jesus at home. You've not only lost your motorbike. You're going to lose everything of your life. So I keep walking home. One hour later, I get into my home. when I walked inside the door, I was surprised. It was late at night and my whole family still are waiting and waiting for me. It was so spät nachts and the whole family was still awake and waiting for me. So I walk home and I was greeted by my grandfather. and then I was greeted by my grandfather. He looked at me and said, oh grandson, I'm glad you're home. Ah, Enkelkind, ich bin so froh, dass du jetzt nach Hause gekommen bist. But you know what happened? Weißt du, was passiert ist? The whole town on a rumor that you quicks all our God and come to follow Jesus. Hier geht das Gerücht rum, dass du deinen ganzen Göttern verlassen hast und dieser Kirche nachgegangen bist, gefolgt hast. Was ist falsch mit dir? Was ist falsch mit Buddha? I send you to the Buddhist train to be a monk you don't like Buddha, you quicks. Now you become a witch doctor with all 3,000 gods and not happy again. And then bist du zum Zauberdoktor geworden und wirst jetzt dem auch noch den Rücken zukehren. What's wrong with Buddha? Was ist falsch mit Buddha? I say, Grandpa, nothing wrong with Buddha. I say, ah, Großvater, da ist nichts falsch mit Buddha. I respect Buddha. I will have one problem with him. What the problem? I say, well, Buddha, he was a guy. Buddha war ein Typ. Buddha war weise. Buddha war nice. Aber dann ist Buddha verstorben. So he looked at me and said, what about Jesus Christ? I say, oh, Jesus Christ, he war a guy. He war weise. He war nice. Even he died. But then he arrived. And he's alive. Hallelujah. Praise the Lord. That's wonderful. Pastor, you have a group of Pentecosters here. That's good. You cannot find many young people excited like that. A lot of young people without Pentecost, they're dead. They sit in there but they're like a dead God. So when he looked at me don't try to preach to me. He said, hey, versuch mich nicht anzupredigen. Go to your bed. Rest well. Think carefully. and think and think tomorrow morning before the breakfast you need to tell me if you made fun with the missionary everything okay. but if you are sealed by following Jesus you have to leave this family without inheritance. I get on my bed but I cannot sleep. turned back and fall. So from the deep of my heart I cry out. I say Jesus I'm sorry I don't know how to pray with you but I don't want to pray with my God. Jesus if you're real you need to help me I don't know what to do. suddenly Holy Spirit show up. He remind me the song we just sing every night. And the song was I have decided to follow Jesus. You know that song? How many of you know that song? Okay let's sing one verse in German. Okay in English. English? Okay. I have decided to follow Jesus I have decided to follow Jesus I have decided to follow Jesus No turning back No turning back The cross before me the world behind me The cross before me the world behind me No turning back No turning No turning back When I stuck in the song I don't know how many times but I went to sleep like a baby So next morning when I was so asleep He woke up and said wake up wake up wake up When I wake up but not really I went and he looked at me and said what is your decision? And the thought got louder and louder and louder So when he said tell me what is your decision? Suddenly I opened my mouth and sang the song I have decided to follow Jesus You are laughing but my grandfather were mad He said shut up your mouth No turning back It's time for you to leave the family without any inheritance and don't turn it back until you say no to Jesus I was wondering what I'm going to do where I'm going to stay and then came many things about tomorrow I don't seem to understand but I know who hold tomorrow and I know he holds my hand So while I'm singing the song and somebody knocked the door and then open the door and then they come out a whist-doktor and my grandfather would say what next Don't you know that I lost my grandson and now what So he said Sir my master sent me here because the whole town is a rumor that I quickly all our God and come to follow Jesus So my master sent me here to try to bring him back to his craft He said good, good come in bring him back bring him back So he looked at me and said brother I is that rumor true? I said yes How come you become a high level wish doctor and now you quick and said how can it be that you so a high doctor geworden and now you I said let's sit down and talk and I looked at him and we started discussing for five hours I come to a point I said brother you and I we all know all the God we are worshiping they are dead all were laid behind the grave none of them are from the dead Jesus is the only one who rose from the dead he came out from the grave and let the empty tomb be high if he can help you he can help he can help himself he can help you he can help me and the guy yes so he kneeled now and invite Jesus to come into his heart so new spread out the town next day they sent another witch doctor for our discussion he accepts Jesus next day they sent another one and after one week they sent seven witch doctors to and all of them accept Jesus as the Lord Savior hallelujah praise the Lord thank Jesus so now the F become one week become a Christian I become a sale group leader one so have seven wish doctors in my cell group so every day I go to a mission to learn every night I teach them und jeden Tag bin ich zur Gemeinde gegangen und dort gelernt und jeden Abend habe ich sie gelehrt und alle zusammen haben die gute Nachricht verkündigt. Nach fünf Jahren haben wir eine Gemeinde gestartet mit 10.570 Mitgliedern. Wir haben den ganzen Ort zerrüttet. Die ganzen Zauberer, die haben ihre Leute gar nicht mehr geschickt, weil sie Angst hatten, die verlieren sie alle an uns. Wissen Sie warum? Weil sie einfach Angst hatten, dass sie die ganzen Zauberdoktoren verlieren wollten. Aber sie haben eine 24-Stunden-Konferenz aufgerufen. Und sie haben weder gegessen noch getrunken und sie haben Flüche ausgesprochen über ihn. So dass ich niemals heiraten kann, niemals Kinder kriegen kann und niemals einen Sohn bekommen kann, der meinen Namen trägt. Und dann habe ich gewusst, dass Jesus jeden Fluch bricht von jeder Generation. Und ich kann weiter, 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 weiter gehen. Und unsere Gemeinde ist gewachsen. Und dann ist der Kommunismus reingekommen und hat den Vietnam eingenommen. Viele Menschen sind geflüchtet. Und ich habe auch heute Abend welche aus dem Vietnam getroffen. Und viele sind mit dem Boot geflüchtet. Aber der Heilige Geist hat mich gefragt, Paul Ai, willst du ein Jonas sein von diesem Boot? Ich war echt verängstigt. Und dann haben die Leute mich gefragt im Boot, ja, was ist los mit dir? Ich habe das Wort des Herrn gehört. Wow, wann hat Gott zu dir gesprochen? Und Gott hat mich gefragt, ob ich ein Jonas sein möchte. Jonah, get out of the boat. We don't want to take Jonah without this journey. So I left the boat, I get back to the church. Next day I was arrested and put in prison. They put me in politic prison for brainwash. Sie haben mich in ein politisches Gefängnis reingetan, um einfach so eine Gehirnwäsche zu unterziehen. So we keep these guys many things for six months. So wir haben viele Dinge für sechs Monate lang diskutiert. Although the politicians come to follow Jesus. Dann sind alle Politiker haben sich entschieden, Jesus nachzufolgen. So now politic prison became a church. So dieses politisches Gefängnis wurde jetzt zur Kirche. So die Polizei war gar nicht so zufrieden. Dann haben sie mich zum nächsten Gefängnis geschickt. Sie haben zum Knast gebracht, wo die Leute lebenslänglich verhaftet worden sind. Mit 10.000 Gefangenen. Und sie haben mich in eine Zelle reingebracht. Sechs mal acht Meter. Einfach vollgestopft mit 88 jungen Männern. Und wenn sie da drin waren, dann hat sich keiner mehr um sie gekümmert. So sie fingen an, überall Tattoos ranzumachen. Sie haben einen Löwe, einen Tiger, einen Dragon, eine Kobra-Schlange, eine Spinne. So wie so ein kleines Zoo auf dem ganzen Leib. Und dann kam ich durch die Tür durch. Und sie fragten mich, ja, was machst du hier? Ich bin ein Pastor. Ja, wirklich? Was für ein Verbrechen hast du gemacht? Nein, ich habe kein Verbrechen gemacht. Du bist dann echt am falschen Ort hier. Ich sage, nein, ich bin im richtigen Ort. Ich bin ein Botschafter Gottes, der gekommen ist, um euch Hoffnung zu geben, wo es keine Hoffnung gibt. Aber er sagt, hier ist keine Hoffnung. Ich sage, das ist der Grund, warum Gott mich hierher gesandt hat. So sie haben mich an die Wand gedrückt und sie haben meine Kleider weggenommen. und dann siehst du was. Ich zeige es. Ich zeige es. Zum nächsten Bild. Okay, das waren die Gangster im Knast. Okay, du gehst auf die nächste Seite. Wenn sie meine Kleider und dann siehst du hier, sie sah, ich habe mehr Tattoo als jeder von ihnen. und dann hat man gesehen, dass er mehr Tattoo hat wie sie selber. By the way, this tattoo, the name of 3366 Götter. Und das sind die Tattoos, wo ich habe, von diesen 3366 Göttern. Und dieses Bild ist vor 60 Jahren aufgenommen worden. Und ich sehe damals noch älter aus als jetzt. Und als sie meinen Körper gesehen haben mit all diesen Tattoos, sie sagen, was sind Sie wirklich und dann fragen sie, hey, was tust du tatsächlich? Ich bin wirklich ein Pastor. Und wie kann es sein, dass ein Pastor so viele Tattoos hat an seinem Leib? Du siehst mehr aus wie ein Pastor. Ich bin sogar schlimmer wie ein Gangster, aber Gott kann jeden Gangster zum Pastor verwendet. If you're patient, I'll tell you some story. Welche Geschichte? Story, wie Gott viele Gangster zu Pastoren verändert hat. Wie lange die Geschichte geht die Geschichte? Oh, ich habe genügend Zeit, um euch die Geschichte zu erzählen, also lebensdänglich. Aber die Geschichte, I don't have much time to hear a long story. Ja, wir haben keine Zeit für eine lange Story. I said, don't worry, I have full version, I have long version, I have short version. Ich habe auch die volle Version, die kurze Version oder die kleine Version. Und wenn du keine Zeit hast, dann gebe ich euch halt die kleine Zeit. And I said, oh, by the way, do you know the name, I mentioned the name of the top gangster of the country. Und dann habe ich gesagt, ja, und übrigens kennt ihr den und den, also hat er den Namen des Top Gangster vom Land genannt. und sie haben ihn alle gekannt. He said, yeah, I know him, he was my boss. I said, he is my disciple. How come my boss become your disciple? Do you want to know his story? Yeah, tell me how my boss became your disciple. What version? Full version, long version or short version? Welche Version? Die lange, die ganze, lange oder die kurze Version? I said, it doesn't matter what version, I want to know how my boss become your disciple. So I keep told the story how I met him in the prison and I let him to the Lord disciple him. So story after story, three months let the whole prison come to follow Jesus. Hallelujah, praise the Lord. God is so good. Then they sent me to a girl prostitute prison. Very tough place. But next time Pastor Nathan will tell you a story. Because he has my book. And you can read my book in Dutch. Ten and a half years I was in eight different prisons. Because they preached the gospel. But I never regret. thousands of people come to Jesus. And five times angels came to prison to take me out. So I went out and preached the gospel. in six different camps I met a school teacher and we talked and we talked and seven times we met again and when we had dinner the rain, rain, rain we cannot leave. So by the late evening we were in love she told me go to see her parents to get a permission I went and met her parents and he checked me out and he said oh oh you are a crazy preacher please don't marry our daughter our daughter was a school teacher so my daughter is a school teacher she quit her job and come full time as a children pastor and she had her own job and she had her own job and everybody called her crazy teacher and I nenne her always the crazy teacher if a crazy preacher like you married to a crazy teacher you are not more crazy you'll be trouble but I keep come back every Sunday evening and I came immer Sonnag Nachmittags wieder vorbei six months later we engaged and one year later we married and after two years we have the first daughter after two years we have the first daughter we named after her name Baby Ruth two years we have another daughter we named Mary two years later we have another daughter we named her Esther so the witchcraft said don't try you can never have a son and the zauberdoktoren have said you don't have a son so then we went to the doctor and then we went to the doctor and he said what to eat what to read what to do and he said what to eat what to do we do exactly doctor talks two years later it came out Elizabeth und nach zwei Jahren kam die Elisabeth so you can play the picture so I have four girls and the witchcraft said don't try you can never have a son und die Zauberer sagten hey du brauchst gar nicht versuchen du wirst niemals einen Sohn haben two years later David our son war born und dann zum Schluss kam David unser Sohn is David handsome is David nicht nett is he is he yeah because he looked like his father but listen I was disowned by my family for ten years and I were I was rejected by my community and I were from my 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 but when they saw David were born but when they saw David were born they know that only Jesus able to press the curse from the witchcraft doctor all my father family my mother family now they come except Jesus and the Lord Savior and our family we stuck six churches you go to the next slide now they are married and twelve grandchildren so God able to press all the curse of witchcraft so God had the and he saved my whole family according to his word in Acts chapter 16 verse 31 I want you to read together with me okay let's read one two three believe in the Lord Jesus you and your house will be safe my family worship many many generations but when I get saved I believe in Acts 16 31 and I declare it every day and finally all my family is saved all my brothers and sisters and their wife husband are now pastor even now their children become pastor and missionary and 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 God can change a Buddhist monk a witch doctor and when God can a Buddhist monk and a witch doctor and he put me in prison for many years they told me that if they put me in prison the church cannot grow they told me I can never get out prison they told me I can never get out prison they told me I can never get out of my country but Jesus break all the curse he set me free and he sent me to 92 countries to preach the good news if that Jesus can do for me he do for many people around the world he can do for you tonight I wonder if how many of you are sitting here how many of you know that one day you go to heaven to be with the law for eternity if you are not sure tonight I love to pray with you many people sit in the church 20 years 30 years but they don't have a relationship with Jesus when you walk into the cow barn it not make you become a cow you go to church sit in the church it not make you become a child God until you invite Jesus to come into your life at the Lord Savior so if you never do that tonight I'll have to pray with you number two if you sure you are safe you go to heaven with Jesus but you're not sure for your family your beloved one tonight I would like to pray with you because God loves the world include your family your beloved one God don't want anybody will be perished but he want all will be safe but include your family so tonight if you are here you know that your beloved one your family not just safe and you want them to be safe I want to pray with you any one of you here you have family not just safe not me living in Jesus good 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 thank you okay if you raise your hands stand up I want to pray with you now okay tonight if you want to have a personal relationship with Jesus I want you come and before we beten möchte ich dich einladen wenn du heute abend da bist und du hast noch keine persönliche Beziehung zu Jesus und dass Jesus selbst nicht in dein Leben eingeladen and number two if you want to stand for your family salvation I want you to come in front quickly come I will pray you before I know it's late but I don't want to let you go without Jesus okay just come close here come just come close here God God love you and he love your family come close you he love your family so the app is most bad keep come close so that people close you know that Jesus love you and he also love your family he don't want anyone to be Paris that why Jesus come and died for us and he arose from the dead that why we still pray resurrection in past few weeks Jesus said I go to the heaven to be with the father so I pray for you and I send Holy Spirit come to me with you and I prepare a bread for you and I will come back to bring you to me with me so Jesus liebt dich and he love your family and I would like to lead you in a prayer and I pray pastor nadam translate and you repeat after him and Bible say if you speak your mouth speak it out God will hear you and make it happen and the Bible say that 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 all what you the book of number chapter 14 verse 28 say number 14 28 so if you open your mouth a bit loudly you can hear of course God can hear of course God can hear but I want devil to hear too do you want devil to hear what you pray tonight okay let's pray raise your hand and pray with me raise your hand as a sign of surrender to God and declaration that we are going to win the battle okay let's pray dear heavenly father speak louder I want devil to hear what you speak tonight dear heavenly father thank you for your love you created me a very good creation thank you Jesus thank you Jesus you came and died for me tonight I declare you are my lord you are my savior and based upon your promise I receive salvation for me and tonight I claim salvation for my family grace your promise I believe in Jesus I claim that I and my house will be saved in the name of Jesus in the name of Jesus I speak to the devil you are liar you are defeated my family will be saved in the name of Jesus tonight I command the devil take your hand off my family my family will be saved thank you Jesus now I want to pray for you now but before I pray for you I want to give you instruction I give you instruction that I want the family to be saved I don't want them to go home and nothing happen are you serious to see your family saved are you serious this is not a religion activity this is a sign of faith you agree with me ok now you have to do something Jesus did everything on the cross he said eat a finish but now you have to do something number one you need to pray for them every day at least one day I did three times a day when my family I said every meal I pray as a Lord I want my family to sit around the table with me so you need to do something if you are smart people with a smartphone like this you get stuck a new file on the first page you write out act 16 31 and today is a Friday April 12 2034 and the next page write out the name the people you love the most and every painter write out the name so you can pray for them can you do that okay if they stay in your same house when you hug or you sit the hand tell them three things God created you very good number two Jesus Christ came and died for your sin number three I love you so much I would like to invite you to go to heaven with me can you do that can you do that are you there to tell your beloved what that if you do your job God does it happened to me some people take seven years ten years but I do that in my family so not why I want to pray with you but you have to do your job amen don't just come to father in the name of Jesus name about all other names I take authority from your name with the power of holy spirit I paralyze all devil spirit upon the beloved one of the brother and sister today I command devil take your hand off of their life I declare salvation for their beloved one Jesus you need it for me you need it for many people around the world tonight I pray for their family I pray holy spirit come spit to them to their spirit of your love of your salvation and help them to make decisions to invite you to become the Lord and Savior in Jesus name I pray Amen 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 Congratulations brother and sister remember to tell them and invite them come to heaven with you if you do your job God bless him Amen Be blessed Thank you for having me Amen You can go back to your seat or whatever the leader want to do and a you you Vielen Dank.